Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video gucken wir uns die drei besten Gartenlampen an. Die Lampen sind in die Kategorien Vergleichssieger, Preis-Leistungssieger und Beste Bewertung eingeteilt. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Finde in diesem Video heraus, welche Gartenlampe die beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Wir beginnen mit den Flow Wood Gartenlampen. Diese Lampe ist in der Anschaffung besonders günstig. Praktisch ist, dass die Gartenlampen mit Solar betrieben werden und daher keinen komplizierten Stromanschluss benötigen. Du kannst diese Gartenlampen ganz einfach in den Boden bringen und nachts von einem angenehmen Licht profitieren. Du erhältst hier im Lieferumfang acht Gartenlampen und könntest somit einen Weg problemlos beleuchten. Das Design der Gartenlampen ist zeitgemäß und sieht schick aus. Du kannst dieses Modell in jedem Garten integrieren und von einer umweltfreundlichen und stromsparenden Beleuchtung profitieren. Voll aufgeladen sind die Gartenlampen für sechs bis acht Stunden hell. Hierzu sind acht Stunden Sonne erforderlich. Achte beim Aufbau darauf, dass die Gartenlampen nicht im Schatten stehen. Möchtest du hellere Lampen, solltest du auf ein mit Strom betriebenes Modell zurückgreifen. Weiter machen wir mit der Eco-Hoo Gartenlampe. Dieses Modell wird im Sechserpack geliefert und eignet sich somit, einen Weg im Garten ausreichend zu beleuchten. Die LED-Gartenlampen für den Außenbereich sind wasserdicht und können sehr leicht angebracht werden. Die Lampen sind alle miteinander verbunden und können mit einem Stecker betrieben werden. Eine Steckdose sollte dementsprechend in der Nähe sein. Praktisch ist, dass die Strahler sehr hell sind und den Garten mit ausreichend Licht versorgen können. Zudem kannst du diese im Winkel verstellen und somit optimal ausrichten. Möchtest du mehr als sechs Gartenlampen, kannst du diese problemlos auf zehn erweitern und somit auch größere Gärten mit Licht versorgen. Das Gehäuse der Gartenlampen ist aus Aluminium und somit sehr robust und rostfrei. Weiter geht es mit der Nascharia Gartenlampe. Diese Lampe wird mit Solar betrieben. Du erhältst hier sechs tolle Gartenlampen im Orient-Design. Besonders praktisch ist, dass du hier einen Schalter hast, an dem du die Lampen an- und ausschalten kannst. Die Solarzelle befindet sich auf der Lampe und ist somit bestens positioniert. Die Gartenlampen sind kinderleicht anzubringen und benötigen keine Stromleitung, um angeschlossen zu werden. Dieses Modell ist besonders umweltfreundlich und benötigt nur Sonnenlicht, um betrieben zu werden. Möchtest du eine helle Beleuchtung, eignet sich dieses Modell nicht. Zudem wird Sonne benötigt, damit die Gartenlampen laden können. Wir hoffen, dass wir euch helfen konnten, eine Kaufentscheidung zu treffen. Den Vergleichssieger, den Preis-Leistungssieger und das Produkt mit den besten Bewertungen haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut doch am besten direkt nach, wer von uns zum Sieger gekürt wurde. Außerdem haben wir hier noch weitere Produktvergleiche für euch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen!